Es geht bei This Is Us nicht um Helden, sondern um Familie und um viele andere Themen wie Adoption, Übergewicht, Liebe, Geschwister, Rivalität, fehlende Zugehörigkeit, zu sich selbst finden. Themen, mit denen sich der Zuschauer identifizieren kann. Die Besetzung ist sehr vielfältig, die Schauspieler wirken sehr authentisch in ihren Rollen. Bei This Is Us werden Probleme nicht verklärt und oberflächlich betrachtet, sondern realitätsnah dargestellt. This Is Us zeigt auf, wie viele verschiedene Arten von Liebe es gibt. Neue, Alte, Geschwister, Eltern und Kind, Freundschaft, Selbstliebe und so weiter. This Is Us ist für Fans von Parenthood, Gilmore Girls oder Party of Five. Aber auch Fans anderer Sendungen kommen hier auf ihre Kosten. Das Is ist für Fans von Parenthood, Gilmore Girls oder Party of Five. Zum Gehöriges Villen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020